Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brothers, A Tale of Two Sons. Wir sind jetzt hier in so einer bergigen Gegend und das erste was wir machen ist natürlich Bank. Nein, zu zweit bitte. Oh nein, ich höre schon so komische Krähenviecher oder sowas. Ja, genau. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Ja. Gut. Sollten wir da hingehen? Das weiß ich jetzt nicht. Aber. Das hat sich angehört als ob irgendjemand irgendwo runtergeschmissen wurde. BTF. Bruder geh rüber und kleine Bruder geh rüber. Bruder geh rüber. Bitte nicht runterfallen. Oh nein, ich bin wieder sowas. Nicht abrutschen. Wir müssen zur Festung. Ach du Scheiße. Ach, ach du Scheiße. Habt ihr das gerade auch gesehen, dass da oben ein Gleiter stand? Das allererste was ich abgucken will. Und zum Henker geht's hier lang. Da kommt man doch 100 pro hin. Hä? Warum kann ich da nicht hin? Okay, dann können wir halt nicht da hin. Juhu. Äh. Ja, warte. Bruder Zwist. Moment. Äh. Äh. So. Okay, er geht an die Seite. Er geht an die. Müssen wir auch nicht ganz aufmachen. Sollen wir die freilassen oder? Können wir das zu machen wieder? Ne. Oh, wie schön. Ja. Ach. Was? 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 Wir müssen das machen. Ach du Scheiße. Äh. Cool. Cool! Tschüss! Oh, wie schön! Wir konnten uns hinreiten! Und vor allem, die haben sich auch einfach reiten lassen, ne? Also... Alter! Was? Was? Was macht denn Professor Rubello hier? Ah, da fehlt ein Zahnrad, alles klar. Was macht denn Professor Rubello hier? Der sieht aus, wie gesagt, wie Professor Rubello oder Roberto? Nee. Der Professor aus Breath of the Wild. Ja. Äh... So sieht der aus. Und... Der sieht aus, wie der eine... So ein bisschen wie der eine Opa von Deponia. Ja, so ein bisschen, oder? Okay, wir müssen, äh... Das Zahnrad hier anbringen. Ach so, wir müssen das rüberwerfen. Okay, kleiner Bruder, kannst du das holen? Okay, danke. Nice. Kann ich das da... Ah, ich muss das auch rüberschmeißen. Oh, wow, das geht wieder so ultralangsam. Äh, ja. Ja, es dreht sich ganz langsam. Ja, das wird wieder dauern. Ich weiß nicht, ich kann das auch nicht beschleunigen, ne? Also... Ich kann alle Tasten... Hier, ich drücke W, A, S, D, Pfeiltasten, alles. Es geht nicht schneller. Es geht nicht schneller. Ich kann auch Maustaste drücken. Da passiert gar nichts. Na gut, äh, dann, äh, halten wir einfach gedrückt. Wee! Wee! Ja, das ist toll. Ich meine, das kostet alleine drei Minuten, das Ding zu drehen, hier. Ich würde ihn auch Professor Rubello einfach nennen. Der sieht einfach zu gut nach dem aus. Kann auch sein, dass es ein Bug ist. Und dass man irgendwas anders machen muss, aber ich wüsste nicht was. Ich würde mal W-Tasten. Nee. Pfeiltaste? Nee. Rückwärts-Taste? Nee. Anwärts-Taste geht auch nicht. Nee. Nee. Da tut sich nichts. Da tut sich nichts. Da tut sich einfach nichts. Nichts. Was habt ihr heute noch so vor? Okay. Wir haben es geschafft. Hey, Opa. Wait. Oh. Okay. Mann, die Kamera. Dreh dich, dreh dich, Kamera. Ich kann sie nicht drehen. Erro ist da freigeschaltet, Luftröhre. Voll die schöne Musik. Ey. Das ist voll schön. Bleib doch mal hier stehen. Und schön. Das war schön. Das war richtig, richtig schön. So. Äh, Kamera. Moin. Kann ich irgendwas machen? Kann ich irgendwas machen? Ne. Moin. Wobello. Wobello. Äh. Willst du gerade wirklich fliegen? Gut Typ. Ich will mal mit ihm reden. Komm, mach weiter. Komm, jetzt schaffen wir es aber. Boah, er hat 3-1 gewonnen bis jetzt. Und wieder ein Putt. Wieder ein Putt. Was ist denn los? Was ist denn los? Voll die Putts die ganze Zeit. Ah, 4-1, Alter. Der Typ ist richtig krass. Ich will wieder, Bad. Ey, weißt du, die sind es? Ich mach das nur, damit ich gewinne. Alter, er hat 5-1. Oh, der ist gut, der Opa. Richtig heftig, der Opa, ey. Okay. Danke, dass ich dir mit dir, äh... Wie nennt man das Spiel? Schere, Stein, Papier spielen durfte. Nice. Oh, ich will gucken. Ich will gucken. Oh, wie cool. Wow, wow, wow. Okay. Dahinten müssen wir wahrscheinlich hin und da kommen wir wahrscheinlich her. Na, da landen wir wahrscheinlich, ne? Da ist eine Kerze am Brennen, ne? Kann ich schon irgendwo anders hingucken? Oh, Vögelchen. Hallo, Vögelchen. Kleines Vögelchen. Oh. Das sind komische... PNG-Vögel. Wo kann ich denn überall hingucken noch? Kann ich noch weiter gucken? Ne. Schade. Ich würde gerne meinen Bruder angucken, so. Oh, da ist der Gleiter. Okay. Da wollen wir landen. Ja, guck mal, da unten landen wir. Da, wo die... Bruder, willst du auch noch mal gucken? Möchtest du noch eine bessere View als er? Ne? Das ist genau die gleiche View. Warte. Okay. Als ob der Opa uns einfach erlaubt, mit seinem Diener hier rumzufliegen. Äh, Bruder bitte auf der Seite und der andere Bruder hier. Let's go, ne? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, 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 nicht an die Wand, nicht an die Wand. Oh Gott Ach du Scheiße, wo geht's denn dahin? Ähm Das ist nicht so gut Nicht so gut Scheiß Vögel Wir schaffen das noch Oh oh Hui Ach das Seil können wir benutzen Ach du, ach du, ach du Scheiße Ja, natürlich Was passiert jetzt, wenn ich hier so geh? Hihihi 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 Hui Ich zieh dich mit Ich geh in die andere Richtung Wer gewinnt, wer gewinnt, wer gewinnt, wer gewinnt Ist aber lustig, dass der kleine Bruder und der große Bruder gleich stark sind Ja, das wird lustig Ähm Bitte kleiner Bruder auf der Seite Anderer Bruder auf die Seite Oh Gott Das wird sowas von tot Gut Jaa Ach so Äh, um die soll das gehen Ach so, ich muss schwingen Oh Gott Ah so geht's noch ein bisschen besser Äh Warte Okay Oh mein Gott Ich glaube Äh Tschüss Hui Äh Tschüss Die Taste lasse ich los Äh Und dann lasse ich die Taste los Geht das so Geht das so Wäre mir zwar lieber, wenn es andersrum wäre Aber hey Oh Gott Hui 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 Und Hui Ja Heilige Scheiße Alter Hui Hui Alter Kann ich da irgendwie hin? Nee Kann ich irgendwie hier lang? Nee Ich würde gern hier hoch oder so, weißt du? Aber da ist nix Ist hier noch irgendwas Ach du Scheiße Müssen wir das wirklich? Was machst du, kleiner Bruder? Geh da Ach so Der kann sich nicht festhalten Hä? Warum kann er sich nicht festhalten? Hallo Ah ja Jetzt geht's Wir müssen wieder gleichzeitig springen Gott Okay Warum klettern die nicht einfach über die Steine? Warum müssen die außen rum gehen? Ich verstehe es nicht Ich würde safe niemals an dieser Wand entlang gehen Äh Ja, kleiner Bruder, ne? Ich lass dich mal lieber runter Hui 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 Okay Hui 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 Hilfe Hilfe Hey man, das ist richtig gut Äh Äh Ja, kaputt, ne? Ach so, jetzt kann man nicht mehr hier weiter, oder was? Als ob. Kann ich nicht mehr zurück? Okay. Ach, nö. Das ist doch schon so crazy gewesen. Warum muss es noch crazieriger werden? Äh. 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 Die Kamera bewegt sich aber. Trägt man hier irgendwie eine geile View noch? Nö. Ich weiß nicht, was das für ein komisches Viech ist, was da oben lebt. Aber es macht Geräusche. Und, oh Gott. Was es für Geräusche macht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Ist ja gut. Alter. ETF.